Ich bin Sonic, ne kleine blaue Kugel aus Superenergie. Und insgesamt... ...n ziemlich cooler Typ. Und um meine Welt zu retten, musste ich auf eure kommen. Wo bin ich? Warum ist es hier so dunkel? Was ist denn das für ein Level? Wer ist da? Au! Was machst du in meiner Garage? Die komplette Armee ist hinter mir her! Ausflug? Wieso passiert mir das? Oh mein Gott, halt sofort den Wagen an! Der größte Gummibandball auf der ganzen Welt, dem es wird ansehen! Nein, das hier ist kein lustiger Familienauszug. Hier können wir ne Weile untertauchen. Okay, ich zeig dir mal, wie das geht. Du glaubst, du könntest nie herkommen! Oh, das Ding ist ja süß! Du bist gut versichert, oder? Aaaaaaah! Pow! Ein teuflisches Genie! Wieso brauchst du dein Leben für dieses dumme Kleine etwas weg? Er ist mein Freund. Ich bin's geil! I'll wrap up and ready, go! So, du bist also Toms bester Freund, von dem er immer labert. Ich bin Pepper Wutz! Februar im Kino Wir sind ja süß! Ich bin's geil! Das ist ein nemes